Hallo Leute, wir sind jetzt vor... Wie kommt es ein neuen Folge vor? Wedded? Ich weiß, ich weiß es los, ich weiß es ist, es lässt sein für kackische Übelstiehe. Äh, anmoderation halt. Ja, anmoderation, dann sagt man ja. Ach komm, egal. Also, ich würde das nicht... Tron. Wirklich, danke! Du kleiner Pisser! Alter, und beißt du da? Alter, mein... äh, Pop-Chutes aber halt, hab' dir... hab' dir... hab' dir... gar kein Bock auf mich, ne? So, heute schauen wir uns in, äh... das Upwarded, ähm, äh, Unexpected. Natürlich haben wir schon wieder Autor ausgewählt. Übrigens wird das hier, äh, eine letzte Folge sein, die im Schädig ist, bis zu der 30. Folge, äh, Produktweite produzieren noch heute aus dem Projekt, aber dann mit Reddit sein Ende finden, weil... Reddit machen wir nicht mehr so viel Spaß, hat man auch die letzten Wochen etwas mehr gemerkt, weil ich hat öfters als manche andere Projekte auch mal ausgefallen gelassen, so hab' ich mal das Gefühl. Ah ja. So, äh, damn, Mann, dat cat is protect- Of is human, ok. Ah, ja, accept. Wっと... seu .. ne 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 ne. wie geil! Alter! echt eine wyd Element aus einer Kindheit Tick-Tock, okay Angle Tick-Tock, okay Oh god Not bad And that meme can't know why that's so funny The big mistake, Tock, okay Mela, okay What's happening here? Okay, there's no sound Uh... Oh Oh, this is interesting Dude chilling out in the stream, okay Bruder muss los, ne? All right, okay Ich glaub, sonst wär richtig gelaufen, also richtig Ich bin bei Tock, okay Two Kiles, One Wave Das hab ich schon geschafft, wo ich auf den Subway da kommen werde Und... Jetzt... Ich war gespannt Oh god Seid die dumm? Sie seh... Sie drehen sich Hehehe Gott, Alter, so ich mich an den ein, ähm... 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 Oh, Japan. Never change Oh, Japan. Never change You 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 Motorcyclist goes for a stroll on highway It's a minute long, okay Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Alter, wie viel kleine Hinde! Warum sind sie denn halt bist du in dieser Hütte, dass wasacack immer was ist? Das ist ein guter Fohr. Bye now, he's always so Ich hoffe, diesen Hunden geht es gut. Ich hoffe, den Hunden geht es inzwischen gut. Hoffentlich. A wedding to remember. Okay, warum? In positiven oder negativen? Was ist da passiert? Ich glaube, der Flasche wäre etwas falsch. Wow! 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 Nice! Alter! Die Fahrer hältst du mir! Alter, wie geil! Boah! Das ist ja geil! Ah, das ist der Archive schon. Ah, super. Alter, wie geil! Also, das ist aber, das gefällt mir. Will you marry me? Wholesome. Okay, jetzt bin ich mal gespannt wie das anstellen. Mamma mia! Jetzt lese ich da schon das bitte. Ich bin jetzt mal der Fernseher. Oh nein, ich bin mit dem… Mein versinnt! Hey! Hey! Ne, sag mir nicht, er zieht jetzt auch ein Ring raus. oh mein gott die gleiche idee das beste wäre es wäre die gleiche der gleiche ring noch dass sie hatten einfach die gleiche idee es gibt es auch wenn es halt wirklich er macht das was sie an expected wie geil they wanted to see who broke the side now so they check this is cc cc tv okay kein bock mehr er kann ich das hier verzeihung und ja kann ich abwarten nice dass sie auch das hier auch das ist mir nicht so groß gefallen dass hier sei dumm deswegen gefällt mir aber das habe ich übersehen my parents warned me about their new totoi ich sag das immer falsch being special ok jetzt bin ich gespannt was für eine art für ein spezial der ist ok jetzt kein sound ok diese art für ein spezial also ok so jetzt haben wir das wieder ok jetzt mamma mia ok das ist da was was ich weiß auch scheiße dass wir jetzt auf die bohr auf dem boden wieder das regiert so keine emotion alter man sieht aber ganz leicht ist glaube ich grinsen also dass er danach satz bildung 100 so buying drinks drinks online jetzt bin ich mal gespannt was hier unerwartet was also was ihr unerwartet ich kann kein sotz kappern das ist noch gut ausgegangen sind eine chance dass der dresden das riesen noch ich bin ich wirklich glück im unglück kann man sagen also wird schon erwacht das bei den links online naja im moment in die facke oh oh shit alter was die wir haben auch das zu realisieren dann so und warum muss ich in dieser blick da und was du behind closed doors erste herr werte ins tweet die anwesons jahr für beckte mit so viel zeit für sie wahrscheinlich brauchen um halt sich in die tiere zu können glaube ich haben sie nicht zeit weg für einigen glaube ich die meisten nicht zeit für ein eigenes haustier alter ich bin in setzen heute wegspielten satz wieder nur weiter bitte äh pipa sorry mitschirr noch die ganze dings hier sind bei ich mach kurz ein cut zwar ich will kurz schauen was das ist plus 18 so wird das etwas ist was für euch ist oder youtube mich erfordern umregt also wir werden uns gleich noch so ich hab geschaut ist nicht mehr nicht was schlimm ist aber so dumm es gibt das so mitschir und jetzt wird er sehen warum das ist aber kreativ gleichzeitig gleichzeitig ach man ich kann widersprechen oder so kein sort okay nice Das macht der Hund! Der hat so einen Blick, der schaut wirklich gerade so einen, was zum Teufel ist das? Okay, das war's. Interessant. Der Hund ist unterwegs und so. Was ist das? So, he saw an opportunity. Okay, für was ist jetzt nur die Frage? Okay, das war's. Ich will nur noch ein paar Mal ausprobieren. Jesus! Hehehehe Meins Ehhhhh The last person I expect to walk into that elevator AHHHHH NO! OH MY GOD! OH MY GOD! WOW Ich weiß nicht wer das ist aber soll die Regieren Muss das jemand bekannt sein Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Bill Nye the Orgy Guy Bill Nye the Orgy Guy Bill Kling Ehhhhh Ok, das wird schon Nein Hmmmm Bill Nye the Science Guy Would you see this opportunity to teach the science of sex? Ah, ja! Also Bill Nye non-which man is Offerdash I would be creeped out as well Warum? Sound? Sound? Ja! WTF? Hahahaha Hahahaha Ja, moin WTF? Hahahaha Hahahaha Beste Boah Was ist heute los? Anyways, es ist so unholistic Was? Genau das ist also in einem richtigen Match mal passiert Loll Okay So nach drei Videos dann sind wir fertig Ne? Sonst ja wir haben also eigentlich schon Okay WTF? Ich kann ja schon nur denken was da stehen würde Okay, so nice Hup! Oh ne Nee, oder? Hahahaha 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 Oh man Oh, die Menschheit ist etwas Das muss man sagen Was zum Geier Hahahaha 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 Hold on a second R slash on the text If your username ends with 70 People will assume you are 48 E E 48 year old But if you are 69 You are definitely 12 year old My friends ends in 8080 Because that's the He was burned Now everyone thinks he is nazi That's some serious shit Yeah, it's a shame He is constantly being harassed And doxxed for it Stay strong Slash guess the Jew 88 Yes No, wait a fucking second They're buster Hahahaha 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 Goddammit Hahahaha The McDonald's self serve experience Okay Beef Beef Okay Vegetable and fish Chicken Okay Interessant Ich hab das Video glaub schon nach wegen einem anderen Subwayed mal beim Youtube gesehen Aber dann das wär's mit diesem Subwayed wir sind bei 21 Minuten das ist eine etwas längere Folge auf jeden Fall für Reddit und ja dank für's Zuschauer und bis zum nächsten Video tschüss Bis zum nächsten Mal